Hi, ich bin's, NYX ASMR. Ich hoffe, dir geht es gut. Und das waren meine Nachbarn. Ich bin leider krank. Schon die ganze Woche. Heute fühle ich mich endlich schon wieder ziemlich besser. Und ich dachte mir spontan, dass ich jetzt ein kurzes ASMR-Video mache, denn ihr musstet schon zwei Wochen warten. Und das tut mir wirklich sehr, 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 sehr leid. Aber, ja, wie ihr vielleicht gerade erkennen könnt, habe ich ein neues Piercing. Und zwar, könnt ihr das sehen? Und zwar hier. Ein Lippenbandpiercing. Aber ich komme jetzt nicht näher zur Kamera, denn, wie gesagt, bin ich krank und ich sehe ja furchtbar aus. Ich habe mir ein wenig Make-up aufgetragen und meine Haare müsste ich eigentlich waschen. Aber ich habe das jetzt die ganze Zeit nicht gemacht, weil wenn man krank ist, dann ist man dafür zu schwach. Deshalb sind sie in einem Dot. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und viele haben sich ja gewünscht, dass ich wieder ganz viel flüstere. Ich hoffe, dass meine Stimme nicht so anders klingt, jetzt wo ich krank bin. Aber ich versuche heute ganz viel zu flüstern. Ich habe hier wirklich nur ein paar Gegenstände, mit denen ich ein paar Triggers machen könnte. Und das erste ist, dass es heute angekommen ist. Und zwar habe ich mir ein Buch bestellt. Und zwar das Buch, worauf die Serie Pretty Little Liars passiert. Von Sarah Shepard. Und zwar das erste Band. Und schuldig. Und guck mal meine Nägel an. Ich habe wieder lange Nägel. Und die sind durchsichtig. Also so wie farbiges Glas. Könnt ihr das sehen? Die sind türkis und haben noch Silberblätt, also so Silberfolie. Ich finde die voll schön. Zurück zum Buch. Auf jeden Fall habe ich die Serie durchgeschaut. Schon vor einiger Zeit. Und dann wollte ich auch unbedingt mal die Bücher lesen. Und da habe ich mir das bestellt. Und es ist heute angekommen. Habt ihr vielleicht Lust, dass ich eine kleine ASMR-Serie starte, wo ich diese Büchereihe, oder zumindest erst mal dieses Buch, euch vorlese? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Oder stimmt auch hier oben ab, ob ihr das wollt. Dann mache ich das sehr gerne. Dann können wir das Buch zusammen lesen. Aber dafür muss ich erst mal gesund werden. Dann machen wir das Buch. Übrigens versuche ich heute das Video nicht zu schneiden. Also wenn jetzt irgendwelche kleinen Hintergrundgeräusche vorkommen oder so, dann tut mir das leid. Aber ich möchte heute das Video mal nicht schneiden, so wie ich das damals gemacht habe. Also als nächstes habe ich zwei Produkte von Jeffree Star, die ich, oh wann habe ich die bekommen? Ich glaube, ja ziemlich Anfang Januar. Und zwar habe ich mir die gekauft. Als allererstes eine kleine Lidschattenpalette und zwar die Mini Breaker Palette. Und ich habe die jetzt in dieses Video genommen, weil ich die Verpackung so toll finde. Da kann man tolle Geräusche machen, weil das absteht. Und die Palette sieht total schön aus. Guck mal. Ich mag zwar rosa nicht, aber ich finde, das sieht total süß aus. Und die ganzen Punkte hier auf der Palette und das Mini Breaker stehen auch ab. Das sieht total schön aus. Sehr schöne Farben. Also, mir ist gerade aufgefallen, dass ich euch vorher mein Lippenbandpiercing gezeigt habe und gesagt habe, dass ich ein neues Piercing habe. Und mir ist aufgefallen, dass ihr gar nicht mein anderes Piercing kennt. Deshalb ergibt es gar keinen Sinn, dass ich euch gesagt habe, dass ich ein neues habe. Ich habe nämlich ein neues Piercing, für die, die nicht wissen, was das ist, das ist der Ring hier in der Mitte von der Nase. Nur, dass ich mein Lippenbandpiercing. Nur, dass ich das Septonpiercing immer hochklappe, in meine Nase rein, für die Videos. Keine Ahnung, warum ich das mache. Vielleicht, weil ich denke, dass es die meisten stören würde. So wie meine Nägel. Und deshalb klappe ich es hoch. Soll ich es vielleicht im nächsten Video mal zeigen oder runtergeklappt tragen. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Als letztes habe ich noch einen Jeffree Star Gloss. Das ist mein erstes Gloss von Jeffree Star. Und zwar in der Farbe Wet Peach. Das ist ein schöner, schimmernder Ton. Es fokussiert nicht. Nein, egal. Ich liebe Lipgloss Sounds. Und deshalb habe ich das jetzt ins Video genommen. Ich hoffe, dass dieser Lipgloss auch Sounds macht. Ich bin mir nicht sicher. Nein. 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 Es steckt fest. Genau jetzt, wo ich das Video nicht schneiden will. So, ich habe es. Oh, könnt ihr meine Vögel hören? ich habe sie extra aus meinem Zimmer gerade rausgestellt damit die nicht zwitschern hier im Video und jetzt zwitschern sie im Flur ich hoffe euch stört das nicht also das ist Gloss könnt ihr das sehen ah das sieht voll schön aus oh das riecht voll gut es riecht sehr süß es riecht gut ich trage mal ein wenig auf meine Hand auf damit ihr sehen könnt wie das aussieht ich glaube nochmal das sehen ah das muss erstmal fokussieren komm schon fokussieren oh das ist ah jetzt oder könnt ihr es sehen das sieht tatsächlich aus wie eine Nasse wie ein nasser Pfirsich das hat sehr viel Glitter oder Schimmer drin wie man es nennen will so ich denke das war es für das Video na ich möchte mich nämlich wieder ausruhen außerdem habe ich geplant ein Video mit meinem Freund zu machen ihr habt nämlich auf Instagram dafür abgestimmt und ich versuche das Video mit ihm nächstes Wochenende zu machen und ich hoffe das klappt falls ja bekommt ihr dann nächstes Wochenende ein Video mit meinem Freund und bis dahin versuche ich natürlich noch ein Video für euch zu machen ich hoffe dass euch dieses kleine ungeschnittene ASMR Video gefallen hat falls ja gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal für zukünftige Videos falls du das noch nicht getan hast ich hoffe wir sehen uns in meinem nächsten Video Bye Bye Vielen Dank.